so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und meghilfe ja ich hoffe euch allen geht es gut heute geht es um das video zum thema wie update ich eigentlich mein linux mint von der version 21.1 auf die version 21.2 das ganze ist furchtbar simpel man muss aber wissen wie und zugegeben ich musste auch so ein bisschen schauen bevor ich wusste wie update ich das system weil das tut es mir nämlich nicht wie bei ubuntu zack vorschlagen so und genau das ist eben auch so ein bisschen das problem wenn man dann so ein bisschen suchen muss und so weiter zu allererst aber mal wo überhaupt und woher weiß ich was von der version ich habe dafür gehe ich ganz einfach auf das terminal hier unten sollte ich dieses hörmeln hier unten nicht haben gehe ich wirklich auf die windows taste oder einfach hier auf dieses linux symbol hier unten und gebe einfach oder nein habe hier terminal sollte ich das da auch nicht haben wieso auch immer gebe ich einfach terminal ein ausführen und dann gebe ich den befehl ein neofiche klick enter und habe hier nur die ganzen informationen die mein system so hat welcher welche gpu hätte ich drin welche cpu ist drin und so weiter und unter anderem auch was für eine linux version habe ich und in meinem fall hier natürlich die 21.1 64 bit natürlich und natürlich auch welcher kernel was für ein host system und so weiter und so fort wie lange läuft das system schon wie viele packages und so weiter also eine richtig richtig coole sache wie ich finde jetzt wie update ich das system aber bevor wir das machen oder upgraden möchte ich noch kurz darauf hinweisen sollte euer system schaden nehmen bin ich dafür nicht haftbar zu machen all das passiert auf eigene gefahr passieren kann in der regel nichts aber regeln oder es gibt immer wieder ausnahmen deswegen ich bin dafür nicht haftbar zu machen ich wollte es nur gesagt haben sollte irgendwas mit meinem system passieren ihr seid selber voll das system verantwortlich nur weil ich das video hier mache heißt es nicht dass es hundertprozentig geht bei den sachen wo es getestet habe geht es natürlich aber ich habe ja nicht jede hardware deswegen müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen so wir schließen das ganze jetzt hier erstmal und gehen erstmal hier unten auf die aktualisierungs verwaltung und klicken auf auffrischen weil wahrscheinlich wird uns da jetzt angezeigt könnte man meinen oder werden wahrscheinlich viele von euch denken by the way ich habe natürlich hier falls jemand fragt macht im einsatz ja system ist aktuell wo kriege ich das upgrade her ja das ist eben genau das wir klicken hier auf bearbeiten und hier haben wir schon das ganze auf 21 punkt 2 viktoria updaten klicken wir drauf wir können das hier mal schließen machen das mal ein vollbild und haben nun hier verschiedene ja wie sagt man so sowie eine einführung quasi wo uns an die hand nimmt und das finde ich richtig cool bei linux mint also es ist ja wirklich für einsteiger gemacht und das sehe ich in so vielen punkten und kein wunders linux mint so beliebt so dann haben wir erstmal die einführung eine neue version von linux mint ist verfügbar dieses fenster hätte ich mir jetzt zum beispiel auch gewünscht bin ich ganz ehrlich naja dann klicken wir hier auf weiter dann sagt das ganze hier ähm bitte die versionshinweise vor der systemaktualisierung lesen klicken wir hier mal drauf dann öffnet sich hier unser standard web browser und hier können wir nun entsprechend durchlesen wenn man das ganze natürlich möchte wir klicken hier auf weiter dann haben wir natürlich hier noch die neuen funktionen dann natürlich hier noch die anforderungen natürlich ich verstehe das risiko ich akzeptiere jetzt hier das ganze und klicke auf anwenden jetzt muss ich natürlich mein passwort eingeben klick auf legitimieren und jetzt tut er die ganzen paket informationen herunterladen das kann jetzt natürlich einen kleinen moment dauern wir kommen es in nämlich auch gleich hier zur zur zusammenfassung das dauert natürlich auch noch einen kleinen moment dann müsst ihr natürlich so ein bisschen schauen wie das so bei euch ist so jetzt wird werden die pakete heruntergeladen und ihr seht wenn ich hier auf einzelne details klicke sehen wir hier auch schon was er quasi alles hier herunter lädt das kann natürlich wirklich einen kleinen moment dauern da müsst ihr mal so ein bisschen geduld haben je nach internet verbindung aber ihr seht das ganze geht jetzt hier relativ flott und mich wieder mal interessieren habt ihr das schon mal gemacht und was ist eure meinung so dazu findet ihr das gut wie einfach das hier gehandhabt wird oder findet ihr es geht würde sogar noch einfacher gehen schreibt es in die kommentare ja und was ich euch natürlich noch sagen wollte schaut bitte bevor ihr das macht dass ihr ein backup anlegt eine sicherung wie das geht das gibt es auf anderen youtube kanälen die haben das richtig gut erklärt ich werde vielleicht auch noch ein zwei videos dazu machen aber ich wollte einfach nur sagen backups ist wichtig oder dass ihr zumindest die dateien die euch wichtig sind auf dem netzwerk speicher auslage zum beispiel auf dem qnap oder auf der synology diskstation oder zum beispiel auf einem eigenen nextcloud server da gibt es ja auch sehr sehr viele verschiedene möglichkeiten wie man das ganze machen kann und wir sehen jetzt hier die anwendungen werden installiert also ihr seht die das upgrade geht wirklich ruck zuck es ist ja auch nur ein kleines upgrade von der version 21.1 auf die version 21.2 also von daher ist es jetzt kein riesen upgrade ja aber man sieht doch dass das relativ zügig vonstatten geht und jetzt gleich nachdem er alles hier installiert hat werden wir unser system sehr wahrscheinlich auch neu starten ja jetzt tut er natürlich noch andere programmpakete herunterladen weil er mehrere herunterlädt da müsst ihr wirklich ein bisschen warten das kann natürlich ein bisschen dauern wenn ich auf einzelne dateien klicke seht ihr hier was er hier alles noch so herunterlädt und was er hier alles noch so installiert das kommt jetzt alles halt ich nenne es jetzt mal so schwallweise und ihr betriebssystem wurde vorrecht aktualisiert und zwar wir klicken hier auf schließen dann machen wir hier mal kurz beenden und einen Neustart so tada ich bin wieder hier es hat funktioniert wir haben jetzt hier nun den neuen quasi Willkommensbildschirm von Linux Mint um aber wirklich auch sicher zu gehen ob es wirklich geklappt hat gehen wir wieder hier ins Terminal und geben wieder Neofeach ein cool dass er das noch drin hat und wir sehen hier die Version 21.2 also es hat wunderbar funktioniert und mich wieder mal interessieren was ihr so davon haltet wie ihr das findet und was eure Meinung so zu dieser ganzen Sache ist By the way verlinke ich euch noch unten ein Video von meinem lieben YouTube Kollegen der hat nämlich Linux Mint 21.2 in der XFCE Variante in Gänze angeschaut schaut euch das Video bitte an er macht wirklich gute Tutorials also bis dann und tschüss